Hallo, mein Name ist Roman Paulus. Ich bin der erste Vorsitzende des Freunde- und Fördervereins der Spiel- und Lernstube Sternenstab. Wir sind heute im Gebäude der GEBO-Bau, das Impfzentrum des ehemaligen Zweibrücken und veranstalten hier unseren Adventsbasar. Wir haben sehr guten Zulauf. Außer Weihnachtsdekoration haben wir noch Waffeln, Kaffee und Punsch im Angebot. Wir haben ganz viele Plätzchen und jede Menge Weihnachtsdekoration. Vieles sind wir zum jetzigen Zeitpunkt schon losgeworden. Es kommen ganz viele Leute hier bei uns vorbei. Und wir hoffen, dass wir nachher nichts mehr mit nach Hause nehmen müssen. 3 3 Untertitelung des ZDF, 2020